relativ gutes einzige problem für den sektenführer ist wenn er pleite ist und ich bin leider voll pleite also muss jetzt warten wie sie so nett sand und sie mir neue mitglieder anschaffen wir schätzen aus der forschung forschung ist soweit ok kennt noch jemanden forschung schicken aber ich habe in detail wenig okay alex de la marketing ich lebe chronisch alkoholisch ich lebe chronisch alkoholisch interessante ok anhänger das ist auch nicht der so also mit dem da ok kohle kommt schon wieder allerdings warum weint der was mit dem los das ist auf keinen fall du kennst seine namen ok haben wir den schuh verloren das ist mit dir verkehrt wann gehst du das ist was apropos wenn ich gerade nix habe machen wir ein bisschen was für das pc schlafzimmer badezimmer ganz ehrlich weil noch noch ein paar mit immer alles so lange brauchen das klug in wollen was ist scheiße dass ich echt pleite bin doof ist das ja okay ich kann nichts dran ändern ich muss warten bis meine forschungseinheiten fertig sind was ist da jetzt passiert ein raser wurde krank wenn man mit schmutzigen händen gegessen hat meine güte ich verstehe schon langsam dass es nicht die entscheidung ist eine alte wanne als waschbecken zu benutzen nachdem sie auf der toilette waren haben bier schwierigkeiten ihre hände an ihrem waschbecken minderer qualität zu waschen furchtbar wenn das waschbecken aufgewertet wird erhöht das die chance dass die bier ihre hände mit erfolg waschen achso ich kann das aufwerten interessant das wusste ich nicht das wusste ich gar nicht okay wenn sich bier verletzen einer der bier ist verletzt verletzte bier haben wir ihre pflichten gut zu erfüllen dass sie unter den auswirkungen ihrer verletzung erleiden manche verletzungen sind minimal und heilen mit der zeit andere brauchen mit sich etwas so im kranken aus der stadt oder in aufnahmestation vor ort na furchtbar naja super radler wurde verletzt frank majors massiv geschwollene füße globally ho min Jewel Oh, ein minuten! Boah! es ist ein alter feil daher jetzt geht er echt ins krankenhaus und arsch so forschung ist auf alle fälle gleich mal fertig jetzt ganz alle schlafen beziehungsweise nach hause okay also ist irgendwas okay ich habe mal 5 anhänger und 6 bier jetzt ist die frage ob wir da irgendwo einen anhänger mir Predigt abgeschlossen, Anzeige Radler. F***ing dude. Das war's. Missionszüle frei. Okay, Missionen. Was haben wir noch an Missionen? Moment, Moment, Moment. So, ja, und wen schicken wir her? In den Minuten, damit sich mit PR auskennen kann. Frank Majors. Hinten im Bett. Das ist eine Verwaschung, ich finde es kein Bett. Will mir doch verwaschen, wer findet kein Bett? Wahlezimmer, Empfangsbereich, Forschungsbüro, Freizeit, Gasthaus, Instandhaltungsraum, Kantine, Schlafzimmer. Achso, aufwerten, wie funktioniert das mit dem Aufwerten? Ja, eine Kammer der Säden. Ja, das geht doch momentan gerade nicht. Ja, das geht doch. Ich zeige euch mal hier was haben wir denn. Ja, doof. Aber wie beert ihr den Scheiß auf? Das macht mir jetzt ganz schwach. Ja, geht das. Hmm. Okay, glaube ich eher, dass ich da was erforschen muss, oder? Küche, ja, Küche möchte ich haben, oder? Aufwertung, aaaah, Freudezimmeraufwertung, interessant äußerst. Okay, 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 das heißt, ich kann alles aufwerten, das ist gut. So, es ist gerade 5 in der Früh, alle sind aufgestanden, das ist auch okay. Das was mich gerade irgendwie irritiert, der volle Götter ist immer im Krautenhaus. Sohn. Okay, okay. Okay, okay. So, Abloh, jetzt kommt es schon früher auf, kommt es schon ab. So, jetzt sollen aber alle schöpfen gehen. Okay, der C macht es einfach super. Sehr gut. Okay. Okay. Jetzt ist die große Frage. Okay. Sobald es voll ist, kann es emissionieren. Dann schauen wir mal. Auch noch nicht, noch immer nicht, auch noch nicht. Ich habe relativ viele Anhänger. Das ist das Problem. War schon. Neuer Therapieraum. Anhänger, die das benutzen hat. WP unterzeugen Einfluss, Fertigkeiten erhöhen und Einfluss und das Geld, das durch Anhänger gewonnen wird. Sehr gut. Dann frisst du noch immer keine Kohle. Das ist das Problem. Und ich bräuchte Kohle. Oder ich mache da eine Band rein. Was fehlt mir da überhaupt. Genau. Über zwei Sachen ist das 10. Ich brauche relativ viel Geld jetzt. Also gibt es mal Gas, Jungs. Den könnte ich bald mal therapieren. Und der. Ui, 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 jetzt geht die Kohle nach oben. Da habe ich damit eine scheiß geschwollene Füße her. Sehr gut. Das wäre meinster Bisschen. Tag 3. Ach so, ich erst Tag 3. Okay, dann ist kein Problem. So, bei 2000 werde ich probieren wieder zu bauen. Oder ich probiere jetzt anzubauen, oder? Schauen wir mal. Ich könnte mir da einen Weg bauen. Die Grube ist offen. Oh shit. Ich kann mir da oben jetzt herstellen. Und am Ende. Was? Radler wurde verletzt. Was ist jetzt los? Pulsierende Stirn. Oh mein Gott. Schmutzige Hände beim Essen. Ja, Junge. Ja, Junge. Ja, bist du. Harmonie Stone. Bist du. Gibt es doch nicht, dass ich da niemanden bekehren kann? Hallo? Nach drei Tagen müsste es doch schon voll auf meiner Seite sein. Oh wow. Wie verletzt sie ist. Hängt da am Spielautomaten. Forschung. Bier gehen spazieren und möglicherweise hochwertige Anhänger sehr nett. Qualitätspersonen. Die Qualitätsbewertung eines Kult ist ein Maß für ihr Potenzial. Hochwertige Kultisten haben höheren qualifizierte hochwertige Kulturen. Und ich brauche auf alle Fälle Küche. Bessere. Scheiße. Fuck. Ich fand nämlich gerade keine Kohle. Okay. Fundament. Beton. Radler wurde verletzt. Was ist jetzt los? Schmutzige Hände beim Essen. Ja. Fuck you. Was machen wir halt? Was machen wir halt? Was ist los? Unzureichend Geld. 14 mal 9. Und wenn ich es machen will. Das ist 13 mal 10. Ich hätte gern... Oh. Okay. Wieviel bräuchte ich? Ich brauche 10. 10. Das heißt, ich brauche mindestens 10 mal 10. mal 10 mal 20. Genau so wie bauen wir 10 mal 20. Ich muss warten bis ich 2000 Kohle habe. Sonst geht es nicht. Scheiße. Das heißt, ich brauche. Das heißt, ich brauche mir jetzt mal 10 mal 10. Was ist das?